Ich würde den dann jetzt, ähm, achso, ich wollte den eigentlich nach oben dran bauen, dass du von oben direkt hier rein kannst, wenn du unterwegs warst. Kannst du doch machen. Hä, wie jetzt? Doch, wir haben ja die Weichen, die gibt's ja auch. Ja, okay, dann mach einfach. Es war eigentlich nicht so geplant, dass du von hier draußen nach unten in den Schacht springen kannst, sondern halt eher an die Bahnen dran. Ja, wie willst du denn da hin? Warte, ich zeig's dir. Wie willst du denn da von hier unten nach oben? Und so, du kommst von hier, würdest du über eine Weiche dann bist du da unten dran fallen und dann hier rein. Ja, kannst du ja auch machen. Ja. Mit den Weichen, mit den Weichen kann man ja eh in alle Richtungen fahren. Aber vor allem, man kann doch auch eh... Ops, ich glaub das stört jetzt ein bisschen. Das müssen wir demnächst weg machen, glaub ich. Die Plattform da, ja. Ja. Geschafft. Ein bisschen pressender geht das schon. So, ich weiß nicht, ob wir mit 320 Dingern bis nach unten kommen. Äh, auf keinen Fall. Das heißt, die Plattform geht aber auch nur bis hier oben, ne? Die müsste dann, äh... Dann hier oben dann wieder... Ich weiß nicht, welche Plattform du meinst. Die Plattform, auf die wir dann hier gehen. Ich hab einen Moment, ich ziehe aber noch nix. Was ist mit der Plattform? Achso, die Plattform würde ja nur bis da oben hingehen, ja. Jetzt würde ich mal gern was anderes testen. Kannst du mir mal ein paar Gleise geben? Verdammt. Kannst du mir doch noch ne Plattform bauen? Äh, ja, klar. Wir haben noch welche, ich schmeiß die welche runter. Nein, nicht kurz hoch, also irgendwas für mich oben. Achso, äh, ja. Äh, ich hab's. Okay. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Wir können das ja so machen, dass, äh, wir das dann im Team bauen. Der eine baut sich straight runter, der andere zieht die Gleise nach. Okay. Äh, warte, warte, warte. Warte, warte. Go. Okay, ähm. Äh, warte. Okay. Oh man, ich werd so was zum Sterben. Ich geh mal gucken. Nein, wirst du nicht. Äh, nicht jetzt. Aber später. Und wir müssen die Tunnel gleich noch ein bisschen weiter bauen. Ne, musst du eigentlich nicht. Ist halt, ja, okay. Für die Plattform, ja. Für die Plattform, ja. Für oben. Ach ja, und da oben muss gleich auch noch was gleich. Achso, machst du schon. Ja, machen wir gleich, machen wir gleich. Warte, 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 warte. So, okay. Ich glaube, ich ziehe die Höhle. Ähm. Vorsicht, Kreatur. Warte, erst mal was abbauen. Warte, erst mal was abbauen. Ja, das geht ja. Easy. Von da. Ja, wenn, nicht wenn du wieder weiter runter baust. Jetzt die Frage, willst du hier straight runter oder willst du eine kleine Rundfahrt machen? Nö. Nö. Lass es straight runter. Dann müssen wir gleich echt noch hier ein bisschen breiter bauen. Ja. Okay, jetzt gehts hier runter. Ich kann nicht sehen wie weit. Warte kurz. Ähm. Kannst du die Plattform unter mir, äh, weg machen? Also die, 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 äh, den Erdtübel? Ja. Moment. Okay. Moment. Moment, Moment, Moment. So, okay, weiter. Vielleicht hältst du das Ding einfach näher ran. Ja. Hab ich gerade eben auch gemacht, das war ein Katerzuschüsse. so noch 30 so noch 6 5 4 das müssen wir jetzt alles ein bisschen breiter bauen macht jeder dreimal 3 also hier die 3 auf der linken seite auch noch mal 3 sicher sicher du kannst du die restlichen auch noch mal raus ja noch paar eisendinger ne also ein paar aber ich hab nur 3 ja ok müssen wir das jetzt hier oben auch wieder machen aber wir hätten es besser von oben gemacht um ja 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 Ah, hier ist jetzt viel. Und es geht, es geht, dann sind wir wieder, langsamer sicher. So, boah, schon 10 Uhr, wir waren aber nicht mehr so lang. Krass, wie die Zeit vergeht. Ja, das letzte Stück. Ich will was mitgeben. Oh, das wäre aber nicht nützlich gewesen. Die Wirksing, das wäre echt nicht nützlich gewesen. Okay, dann ist das auch hier unten erledigt. So, jetzt brauchen wir nur noch ne Menge Durastie. Plattformen haben wir ja noch. Können wir die jetzt eigentlich optieren setzen? Da muss ja irgendwo ein Haken. Unten müsste da noch ein Stop hin, dann geht das hier schon mal. Ja, ich will aber trotzdem nicht, ich will das erst mal machen, wenn wir mehr... Ich weiß nicht, wie das mit dem Haken ist, ob du unten Fallschaden bekommst. Das mache ich auf jeden Fall nicht. Ja. Ja. Hier müssen noch ein bisschen Licht hin und mir wird auf den Teleport hergesetzt noch. Brauchen wir nur noch eine Verwendung für hier. Vielleicht kommt hier der Trophäenraum, der legendäre Trophäenraum, den wir schon immer haben wollten. Ach ja, der Trophäenraum. Da kommt doch ja noch was. Alter, jetzt können wir wieder als die ernten, ne? Das geht so schnell. Sie werden so schnell wachsen. Hä, wie funktioniert denn das hier mit dem Astronautenkrank? Ach so, das muss man hier noch richtig reinouten, ich dachte, das macht der automatisch. Nee. Ja dann, äh... Nichts automatisch. Ja, da hat sich meine Frage schon eh übrig. So, dann werde ich jetzt nur mein Inventar wieder los. Und die ganzen Kram, die ich noch drin habe. Die Kiste war bei den Kisten. Wo waren die Kisten? Okay. Oh, ist auch so. Kann man die Bahn fahren? Da oben. Ähm... Hier waren noch die Strings. Das war noch für ein viel größeres Feld. Ach, jetzt waren die Sachen hier unten. Stimmt. Wie hast du eigentlich diese Eier bekommen? Keine Ahnung. Ach nee, hab ich die vielleicht mal gekauft? Kann mich nicht mehr dran ändern. Ja, da oben. Ja, da oben. Ja, da oben. Ja, da oben. Aber Michi lässt es gut gehen. Was ist mit Michi? Gibt es lecker Kaviar und Dessert und sonst allem Kram. Gegen Geburtstag. Michi hat nämlich Geburtstag. Michi hat eine Geburtstag. Michi hat eine Geburtstag. Michi hat eine Geburtstag. Ja. Darum spielen wir Star-Bound. Stimmt, bei keiner da ist für PlayerUnknown's Battleground. Oh Gott. Bei dem Wettower ist jetzt so wieder fit. Ja. Ja. Dann sollte ich mir noch mal kurzes Essen machen. Oder möchtest du was für mich mitmachen? Hm, man kann sich nicht hinsetzen, schade. Krieg aber nicht mein Toast. Wow. Wow. Wie wow. Du kriegst ihn nicht. Nee, nee, nee. Walter ist bloß für dich. Das brauchst du. Ja, ich brauche meinen Toast. Sonst werde ich ungemütlich. Alter, jetzt flambiert. Alter, der hat ein Video geschickt. Irgendwie wieder flambierte Sachen und so alles. Boah. Boah. Ich kann auch was flambieren. Das lässt mich total kalt. Das lässt mich. Hast du das in die Gruppe geschickt oder was? Ja klar. Zwei Minuten. Zwei Minuten 30 Videos. Das guckst du dir jetzt bestimmt nicht an, oder? Das ist... Ich will es mir schon mal breit runterladen. Du willst... Boah, Alter. Ich wollte gerade sagen. Nee, es wird noch zu Whisky. Kannst du bitte einen Dreck entfernen? Ah, es geht von selber weg. Okay. So, ähm... Das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant. Das war so. Ich habe gerade nur keine Vorlage. So, kommst du eigentlich... Vielleicht sollte mich hier noch eine Zwischentrippe machen. Ich komme da hinten auch hoch, aber... Da muss noch eine Zwischentrippe rein. Ich habe gerade noch keine Vorlage. Ich habe gerade noch keine Vorlage. Ach, so mittig. Ja. Ist okay. Höher? Ne, ist okay. So, ne? Ja! Oh! Oh! Nein, ich mach eins höher. Aber hier mach ich das nicht so doppelt. Das muss jetzt nicht überhören. Und die untere wieder weg. Ja. Nein. Ich mach das gerade. Nein, du musst alles kaputt machen. Ich bin Mario, ich bin ein Trottel. Ey. Ey, was denn? Du hast es gemacht. Nee, das verdienst du hier. Guck mal hier. Ähm. Warte, Moment. Ich fahr doch gerade in die Mühe. Warte, warte. Du kriegst gleich die gerechte Strafe. Du verdienst das hier. So, fall runter. Fall runter. Oder, oder, oder? Gezächne Schelle. Ja, wäre es runtergefahren, wäre nicht schlimm. Erstmal wär's, wär es denn so gewesen, und zweitens, äh, äh, Wasser. Muss doch eigentlich jedes Mal am Folgenende sein, dass wir uns gegenseitig umbringen wollen. Für Folgenende? Wenn wir die Session aufhören. Wenn wir die Session aufhören, können wir die Session aufhören. Bis zum nächsten Mal.